Freunde, wir stecken da gleich mal zum Glück-Gibbett-Spiele. Herzlich Willkommen! Hallo Maria! Hi Markus! Hallo Leute! Ein weiteres Review für euch! Ein neues Spiel von Klaus-Jürgen Wrede. Da war ich sehr gespannt, weil der hat Kakason gemacht und jetzt macht er wieder ein Familienspiel. Da bin ich gespannt. Kann es auf alte Erfolge anschließen oder nicht? Wir werden sehen. Aber eins nach dem anderen, was haben wir da? Fire and Stone! Ein Familienspiel, ab 10 Jahren, 45 bis 60 Minuten und für 2 bis 4 Spieler, was ganz normal ist. Was machen wir da in dem Spiel? Man bewegt Figurchen und dadurch sammelt man Ressourcen oder bildet Siedlungen. Sofort kann man feuern, ein bisschen braten. Dadurch kriegt man Beutelchen und Nahrung. Im Prinzip ist es ein Blättchen auf Deck-Spiel, was mich an alte, alte, alte Spiele erinnert. Ist es wirklich so Antiquita oder nicht? Ich würde schauen. Wir schauen mal rein. Bis dann! Bis gleich! Und so sieht der Spielplan von dem Spiel aus. Er ist aufgeteilt in drei Teile. In den ersten, zweiten und dritten. Man darf sich dahin bewegen, erst wenn es aufgedeckt wird. Durch dieses und in diesen durch dieses. Da haben wir so eine Leiste, wo dann die Punkte abgezählt werden. Das sind die Siedlungsleiste und da haben wir Waldblättchen und die Höhlekarte. Dann haben wir noch so Entwicklungen, Entdeckungen und Punktekarten und dann ein eigenes Tableau. In diesem eigenen Tableau, da kommen die Waldblättchen hin und da kommen diese Nahrungsbeutelchen hin, wo man dann die Nahrung hinstellt. Und dann haben wir so Sammlungsplätze, wo man dann Nahrung sammeln kann. Wie das funktioniert? Das Spiel funktioniert. Man bewegt einfach diese Miepelchen, diese Figurchen und man darf sie bewegen ein oder zwei Schritte weiter. Man fängt immer da an beim Feuer und dann darf man sich wirklich eins oder zwei bewegen. Wenn man sich bewegt, darf man nicht auf dem Gebiet enden, wo man angefangen hat. Also ich kann nicht sagen eins und zwei, das darf ich nicht. Was mache ich dann, wenn ich irgendwo hingekommen bin? Dann schaue ich, was gibt es da? Gibt es da schon ein Plättchen oder gibt es kein Plättchen oder ist es ein Feuer oder es ist eine Siedlung? Dann kommt es zu verschiedenen Aktionen. Wenn da ein Plättchen ist, decke ich es auf und dann mache ich entweder einen Entdeckungsschritt, eine Entdeckungsaktion oder kriege ich das, was mir das Plättchen gibt. Was dann auch noch passieren kann, wenn ich zum Feuer komme, dann mache ich die Aktion von dem Feuer. Und wenn ich auf eine Siedlung komme, darf ich eine Hütte weiterbauen, wenn ich genug Nahrung habe. Aber dazu kommen wir auch noch gleich. Was bedeuten die verschiedenen Plättchen? Da habe ich zum Beispiel Wald entdeckt. Da haben wir so ein Cheatsheet. Bei dem Wald steht, ich nehme mir drei Plättchen. Ich muss schauen, wo ich bin. Ich bin da beim Eins. Also nehme ich mir das Erste. Dann schaue ich mir das im Geheimen an und wähle ein Plättchen, das für mich okay ist. Was ich sage, okay, das möchte ich haben. Wenn ich das gemacht habe, lege ich das auf mein Tableau, wo ich gesagt habe, dass man sie hinlegt. Und die anderen kommen in den Wald rein. Wenn dann ein anderer da herkommt, kann er sich die restlichen anschauen und ein auswählen und so weiter und so fort. Es dürfen auch mehrere Mieples auf einem Platz stehen von verschiedenen Leuten. Was man dann noch hat für Plättchen, man hat, ja ja, sehr super, man hat dann so Essensplättchen. Ja, die darf man dann auf sein Tableau hinstellen. Für den zum Beispiel wäre es super, weil man muss immer schauen, was man schon hat. Das wäre super, weil dann darf ich es so abdecken. Ich darf nicht das so machen, dass ich dieses Apfel zu dem gebe. Das geht nicht. Wenn ich mich einmal für eine Sorte entschieden habe, dann muss ich mit der Sorte weitermachen. Was passiert dann? Wenn ich dann so etwas abdecke, dann darf ich mich entscheiden für eine Entwicklung oder für eine Punktekarte. Die Entwicklungen sind sehr interessant, weil sie uns viel erlauben. Zum Beispiel die da. Da darf ich mich ja drei Gebiete weiterbewegen ab jetzt, wenn ich sie habe. Das ist super. Manchmal ist es sehr wichtig, sich weiterbewegen zu können. Dann gibt es sogar Karte, die heißt Schiffbau. Die ist auch sehr wichtig, weil dann darf ich diese weiße Linie verwenden. Das heißt, ich darf von diesem Gebiet in diesem Gebiet hin. Wenn ich die Karte nicht habe, darf ich das nicht machen. Also diese weißen Linien sind dann für mich uninteressant. Es gibt auch Karten, die mir sofort etwas geben. Zum Beispiel dieser Ackerbau. Es gibt mir sofort zwei Nahrung. Zwei Nahrung ist wichtig. Ich kann mit Nahrung, nämlich Hütten bauen. Dazu kommen wir auch gleich. Hütten bauen, wenn ich so ein Blättchen, genau schaue, mit so einem Hüttenbau aufdecke, dann muss ich dieses Blättchen da hier legen, schauen, ob es irgendwas gibt. Bei dieser Siedlungsreihe, wenn wir schon da wären, dann darf man ab jetzt in diesen Zweiten gehen. Das da heißt, man bekommt einen zusätzlichen Mipel, der kommt dann zum Feuer. Und dann, da darf man schon sogar in diesem Gebiet, wo drei steht. Und das da, triggert das dann eben von dem Spiel. Wie das funktioniert, dazu komme ich auch noch. Aber kommen wir zurück zu diesen Blättchen. Das heißt, man legt ihn hin und dann darf ich gratis eine Hütte hinlegen, dort, wo das Blättchen war. Wenn ich dann wieder daherkomme, wo die Siedlung schon ist, dann könnte ich noch eine Hütte bauen. Da muss ich schauen, wie viele Hütten schon da sind und dann mit Nahrung bezahlen. Nahrung darf man nur so viel haben, so viele Plätze man da hat. Also wenn ich acht bezahlen muss, ist das super, wenn ich neun bezahlen muss, habe ich nicht, kann ich nicht bezahlen. Also, wie viel bezahle ich? Da bezahle ich nur eine Nahrung. Wenn schon aber zwei da stehen würden und ich den dritten hinbauen möchte, muss ich zwei Nahrung zahlen. Es ist auch egal, wenn da von anderen was stehen würde, es geht immer nur um die Anzahl. Also wenn ich meinen fünften, also den fünften hinstellen möchte, muss ich vier Nahrung bezahlen. Ganz einfach und simpel. Ja, das ist da angezeichnet. Was passiert, wenn ich zum Feuer zurückkomme? Ja, es gibt auch Plättchen mit Feuer. Wenn ich den aufdecke, kriege ich sofort einen Punkt. Das heißt, mein Mibbel geht eins weiter. Und was mache ich dann? Dann schaue ich bei meinen Plättchen, bei diesen Tierenplättchen schaue ich hin und ich kann sie dann verwenden. Also ich brate sie dann halt. Ich kann alle braten oder ich kann nur so viel braten, so viel ich möchte. Das da heißt, ich bekomme so ein Beutelchen. Das kommt daher und ich kriege eine Nahrung. Wenn ich mehrere habe, summiert es sich und dann habe ich mehr Nahrung und mehr Beutelchen. Was eigentlich gut ist. Das passiert auch, wenn ich zurückkomme zum Feuer. Ja, wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, ich möchte zum Feuer, dann kann ich das auch machen. Bei den Siedlungen, wenn ich eine Siedlung gebaut habe, das habe ich nämlich vergessen, muss ich zurück zum Feuer. Ja, aber darf ich die Aktion von Feuer nicht verwenden. Das ist nämlich sehr wichtig. Was kann ich noch machen, wenn ich bei diesem Tableau jetzt etwas bastle. Ja, ich bastle zum Beispiel, haben wir das da schnell. Ja, super. Wenn ich da sowas habe und ich habe schon zum Beispiel die Lehmbau bei mir und ich entscheide mich, die Lehmbau interessiert mich nicht mehr. Ja, dann könnte ich mir aber statt der Karte diese Karte nehmen und sie dann diese Lehmbau abdecken. Ich darf diese Lehmbau dann nicht mehr verwenden, aber dafür habe ich am Ende des Spiels vier Punkte, was sehr viele Punkte sind. Und so, wenn ich viele Entdeckungsgarten habe und dann sie abdecke, habe ich immer Punkte. Dann kommt man eigentlich zu einem Ende. Was passiert da? Derjenige, der das abgedeckt hat, kriegt so eine Karte vor sich. Und da steht, was er mit dir machen soll. Drehe diese Karte vom Beginn deines nächsten Zuges um. Das heißt, er kommt nochmal dran. Die anderen natürlich auch. Also man spielt eine vollständige Runde. Dann dreht er sich und da steht, du und alle anderen sind noch genau einmal am Zug. Und dann ist das Spiel vorbei. Und dann machen wir die Wertung. Bevor wir aber noch zur Wertung kommen, muss ich euch noch die Hölle erklären. Dann, die Hölle, wenn man auf einen Platz kommt und sie aufdeckt, muss man diese Karte dann sofort aufdecken. So, dann muss man lesen, was da steht. Und ab jetzt ist es gültig. Ab jetzt muss man schauen, zum Beispiel die sagt, das Höhlengebiet wird zum Siedlungsgebiet mit folgender Regeländerung. Bei der Wertung am Ende zählt jede Hütte zwei Punkte, der Mehrheitsbonus zählt wie üblich ein Punkt. Was super ist, das heißt, da darf man ab jetzt Hütten bauen. Und die sind mehr Punkte wert als normalerweise. Es gibt verschiedene Höllenkarten, die tun wirklich die Regeln ändern. Es gibt auch welche, wo man dann so Markierungssteine hinstellen muss. Die Markierungssteine haben wir bei sich und dann muss man sie hinstellen. Das sind wirklich sehr interessante Karten. Schade nur, dass nur eine ins Spiel zum Einsatz kommt. Aber jetzt kommen wir wirklich zu der Wertung. Bei der Wertung, was machen wir da? Man schaut, wie weit man schon ist. Und dazu kommen die Punktekarten, die man halt gesammelt hat. Die da zum Beispiel, dann hätte ich noch vier Punkte zusätzlich dazu bekommen. Und dann kommt es auf die Mehrheit in den Siedlungen. Zum Beispiel da hätte es sich genutzt, da hätte ich keine Punkte bekommen. Aber sobald ich noch ein Hütchen da gebaut hätte, vor dem Spielende, hätte ich jetzt ein Punkt zusätzlich für meine Mehrheit. Und dann gibt es Aufgabenkarten, die kriegt man immer am Anfang des Spiels. Und dann schauen wir sich das an, ob man das geschafft hat. Da steht zum Beispiel für jede Mehrheit auf einem Hafengebiet. Ein Hafengebiet ist genau das da, wo diese weißen Linien hinzeigen. Wenn ich da halt Mehrheit hätte, dann habe ich einen zusätzlichen Punkt. Und so gibt es wirklich verschiedene, für jede Mehrheit neben einem Gebirge. Das sind so kleine Gebirge angezeichnet und wenn ich da Siedlung hätte und ich hätte dort die Mehrheit, bekomme ich noch zusätzliche Punkte. Und dann, wer die meisten Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Und somit gebe ich an und weiter. Ja, das war die Übersicht zu Fire and Stone. Ja, ich würde sagen, auch hier fangen wir wie immer mit dem Äußerlichen an. Und ja, wie ist dort dein Eindruck? Die Schachtel gefällt mir. Der Inhalt. Also ich muss sagen, wirklich, der Kawa catcht einen. Es ist schön gemalt. Also wirklich, diese Steinzeitung, diese Tiefe, man entdeckt etwas und so weiter. Also diese Kawa ist sehr schön, gefällt mir. Wenn man sich dann aber einen Plan ansieht, denkt man sich, ja, nicht so hervorragend. Das Einzige, was mir noch gefällt, dass die Figurchen wirklich so nicht normale Mippel sind. Und das da wirklich an Siedlung erinnert, an eine kleine Hüte. Das stimmt. Sonst gefällt mir das. Oder noch die Karten, die sind auch noch okay. Ja, da gibt es so Steinzeitmenschen aufgemalt. Ja. Aber sonst alles andere, da war ich nicht so ganz begeistert. Ja, man muss natürlich jetzt sagen, das zielt jetzt weniger auf dem Hobbyistenmarkt ab, sondern mehr zu den Familien, tendiert auch fast schon in den Massenmarkt hinein und da ist es auch durchaus klar, dass man irgendwo auch am Preis schaut und dann da auch jetzt nicht so übertrieben bei den Komponenten sich profilieren möchte am Markt und das spiegelt sich hier wieder. Die Komponenten sind nicht schlecht, die sind hochwertig, aber das, was da ist, ist halt, jo. Ja. Okay halt. Okay, ja. Ja. Es ist okay. Ja. Was sagst du zu einem spieleinigen Spiel? Also ich selber hatte ja das Spiel bei mir im Laden und habe davon aber noch nie wirklich was gehört. Das ist mir eigentlich unterm Radar irgendwie vorbeigeschwungen oder wie auch immer und als du dann das Spiel erklärt hast und wir haben dann mal gespielt, hat mich das wirklich, und ich habe es auch eingangs schon erwähnt, an alte Klassiker erinnert. Also der Stern von Afrika, dort macht man eigentlich nichts anderes. Man deckt ein Plättchen auf und entweder kriegt man Geld oder einen Diamanten, einen Smart oder es ist ein Bandit, was Gutes, was Schlechtes, aber der Stern von Afrika ist glaube ich schon von den 80ern oder 70ern. Und hier haben wir dasselbe. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Muss nicht, aber. In dem Fall für mich jetzt, wenn man jetzt mich fragt, ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Nein, ich auch nicht. Also ich muss gleich die Hobbyisten warnen. Das ist wirklich ein Familienspiel, wirklich für Familien mit leichten Regeln, leicht erklärt, reich gemacht. Einfach Mippelchen bewegen, irgendwas bekommen. Es ist auch sehr viel Glück involviert, weil es kommt darauf an, wenn man das Plättchen hinlegt und dann, man sieht ja nicht, man entdeckt es ja. Und wenn man es entdeckt, dann merkt man erst danach, okay, brauche ich jetzt eigentlich nicht, habe ich bekommen. Das ist tatsächlich ein großes Problem und das war auch eigentlich schon ein Problem beim Stern von Afrika. Da konnte man theoretisch gleich das erste Plättchen aufdecken und das war der Stern. Hier ist es nicht ganz so. Hier ist es ja in drei Zonen aufgeteilt und man weiß, was in jeder Zone sich befinden kann, nur wo dann auch nicht. Und ich hatte ja den Punkt bei der einen Partie, wo ich dann irgendwo in Afrika, oder es ist ja hier nicht Afrika, wo ich dann halt im Süden herumgegräbst bin und ich wusste, da müssen noch drei Hütten sein. Und ich habe da aufgedeckt, 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 da war gar nichts. Und die haben es oben dann einfach, blub, ah, Hütte, blub, ah, Hütte, blub, ah, Hütte. Und dann habe ich gedacht, okay, super, was hätte ich anders machen können? Ja, eben. Ich kann nichts anderes machen. Das war äußerst unbefriedigend. Das verbunden mit der Zielkarte, die man hat, wo dann steht, du musst eine Hütte neben einem Fluss haben. Naja, oder eine Siedlung. Wenn das keiner macht und wenn dort kein Plättchen ist, was soll ich dann machen? Ja. Ja, dann kann ich zehnmal dieses Ziel haben, aber, ja, Hütte, nix. Das ist wirklich schön. Also da ist leider keine Strategie und auch keine Taktik möglich. Du, du, dieses Glück, das da sehr stark involviert ist, da kann man leider auch nicht dagegen, irgendwie gegensteuern oder irgendwas. Das ist ja das, was ich dem Spiel wirklich sehr, sehr, sehr als großes Minus anhafte. Ja, es ist auch, und ich habe das in einem Review gelesen, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen umgeschaut, und das kann ich aber auch beipflichten. Also man beginnt ja mit einem Späher oder Sucher oder wie auch immer, und ab einem bestimmten Zeitpunkt bekommt man den zweiten. Das ist aber nicht abhängig davon, was du machst, sondern einer triggert das und das kriegen dann alle. Ja. Also eigentlich brauche ich mich gar nicht bemühen, weil das passiert sowieso. Ja, das passiert. Und jemand, der sich quasi anstrengt und versucht, okay, ich baue die Hütten, 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 damit das irgendwie getriggert wird, der hat auch keinen Benefit. Ja. Ja, der hat sich super angestrengt, danke. Mein Ernst hat die Hütten, okay, von mir aus, aber auch das ist irgendwie so nach dem Motto, ja, wir bauen diese Mechanik ein, aber zu überlegen, ob das jetzt einen Sinn hat, ob das für das Spiel einen Mehrwert bietet, weil man hätte gleich mit zwei anfangen können, das hätte keinen Unterschied gemacht, das wäre vielleicht ein bisschen schneller noch gegangen, was dem Spiel auch nicht geschadet hätte. Ja. Und man hätte da vielleicht ein bisschen mehr taktieren können. Ja. Was mir noch ein bisschen gefällt, obwohl ich diese Mechanik nicht so sehr mag, aber in diesem Spiel ist es vertreten, diese Area Control, wo man dann halt am Ende Punkte bekommt für diese Siedlungen, weil da soll man anstreben, das soll man dann machen, und dann für die Punkte bekommen, aber dann kommt ja wieder dieses Glück, wenn ich keine aufdecke, ja, kann ich auch nichts finden. Ja, und es ist irgendwie ganz komisch, in einer Partie habe ich mich ein bisschen zurückfallen lassen, ich war ganz hinten und als die anderen Spieler schon weiter waren, in der zweiten Sektion, habe ich dann begonnen, in der ersten Sektion im Prinzip einfach überall Mehrheiten zu generieren. Ich dachte, okay, dann räume ich das Feld von hinten auf, weil es wird keiner zurückkommen und mich da wieder raushauen. Da habe ich mir dann auch nichts gebracht, aber das fand ich dann auch irgendwie komisch. Ja, eben. Weil es ist auch hier in dem Fall so, wenn jemand die letzte Hütte gebaut hat, ist das Spiel aus, also das kommt ja noch einmal dran, aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich muss dann irgendwo sein. Ich werde durch keine Mechanik gezwungen, weiterzugehen. Ich meine, man macht das natürlich auf natürlichem Wege, weil man will ja die anderen Hütten dann auch irgendwie bekommen, aber das fand ich dann auch irgendwie komisch. So wie das ganze Spiel irgendwie komisch ist, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, kommt mir vor. Was hältst du von dieser Mechanik, wo man eine Höhle findet und da gibt es dann eine neue Regel? Die finde ich auch wieder, also die finde ich gut, muss ich sagen. Nur was mir vielleicht gefallen hätte, wenn das mehrere wären. Also in jedem, vielleicht in jeder Area, wenn da eine wäre, die zum Beispiel nur für diese Area gültig wäre oder halt für das ganze Spiel, dann wäre es super. Also es gibt so einen dicken Stapel von denen. Wieso haben sie dann dann nicht das wirklich dafür benutzt, dass in jeder Area halt eine sein sollte oder so. Dann wäre es interessanter. Dann wären dann wieder vielleicht Regeln, wo man sagt, ja, super, jetzt auch mal das und das. Oder das ist jetzt auch nicht mehr Punkte werden. Also man könnte natürlich Hausregeln machen, aber naja, wir werten immer ein Spiel anhand den offiziellen Regeln. Und da hätte man schon sagen können, okay, pass auf, es gibt eine Regel, die ist gleich von Anfang an gültig. Die zweite Regel kommt dann bei dem zweiten Abschnitt, die dritte beim dritten Abschnitt. So kriegt man die wichtige Regel quasi im dritten Abschnitt und da ist das Spiel eigentlich schon gelaufen. Also da frage ich mich auch, ob das nicht irgendwie designtechnisch ein Fehler war. Für mich kommt diese Regel viel zu spät und es ist auch viel zu wenig, als dass es auch nur irgendwen interessieren würde. Ja. Also vom Gefühl her, und ich weiß nicht, ich bin kein Designer, von dem her maße ich mir da jetzt auch kein Urteil an, aber vom Gefühl her denke ich mir, dass man hier einfach versucht hat, ein Spiel zu machen und ein paar Mechaniken einzuwerfen, die man vielleicht schon irgendwann mal gehört oder gesehen hat und sich denkt, ja, das macht man halt so, dann machen wir das auch. Aber zu hinterfragen, ob das in dem Sinn einen Sinn macht, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich ihn nicht, vielleicht bin ich dumm, kann natürlich sein, wahrscheinlich. Aber in dem Fall denke ich mir wirklich, es gibt ein paar Punkte, wo ich mir denke, wenn man da ein paar Mal das wirklich spielt, so wie wir das getan haben, dann haben wir schon Ideen, wie man das besser machen könnte. Das ist das. Und dann ist das Spiel eigentlich gelaufen. Und im Umkehrschluss, wenn man das gemacht hätte, dann wäre es trotzdem ein Familienspiel gewesen, nach wie vor, weil das ist ja nicht komplizierter. Aber die ganzen Kritikpunkte wären einfach nicht mehr da und auch wir hätten Spaß. Weil wenn ich von Anfang an weiß, jedes Spiel gibt es neue Regeln. Und zwar, und, und. Dann will ich nochmal spielen, und nochmal. Ja, klar. Um das zu entdecken. Und es gibt dann vielleicht noch eine kleine Mechanik, wo nur ich dann zuerst den Meeple bekomme, oder was auch immer, ja, das kann man sich ja dann überlegen. Ja, bei diesem Spiel hat man immer das leise Gefühl, es könnte besser werden, es könnte, das könnte besser werden. Genauso wie bei diesem Tableau, was man hat, ja. Da bekommt man immer ja diese Beutelchen rein, ja. Da denkt man sich, ah ja, da kommt ein Tableau-Building. Na, nein, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und das ist immer von ein bisschen, und es wird nicht dieses Gefühl geben, boah. Ich meine, ja, das Ressourcen sammeln, und dass man auch genug Beutel haben muss, damit man die Ressourcen wirklich auch haben kann. Und dass man einfach dann die zwei Bereiche hat, wo man hoch geht, das fand ich okay. Ja. Aber auch nur okay. Eben, eben, das ist alles. Und generell, du hast das schon richtig gesagt. Ich meine, als ich die Regeln gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, das klingt schon sehr oldschool, aber man macht ja nichts. Und als man dann begonnen hat zu spielen, ich bekam schon, zumindest die ersten paar Minuten, länger war es nicht, ich bekam schon so ein nostalgisches Gefühl, wo ich mich zurück an meine Kindheit erinnert habe, die nicht immer perfekt war, aber Brettspiele waren irgendwie mein Zufluchtsort, und Stern von Afrika und die ganzen Spiele, da habe ich gerne gespielt, mir haben wir sonst nichts gehabt. Und das hat mich daran erinnert, und da bekam ich ein gutes Gefühl. Nur das war schnell weg, weil ich gemerkt habe, okay, mehr ist dann nicht. Ich ziehe das jetzt durch bis zum Ende, und dann gewinnt jemand, und so wirklich beeinflussen kann ich das nicht. Ja, was ich auch noch sagen muss, man kann ja diese Karten, die man bekommt, eigentlich später abdecken. Und mit Punkten, mit Punktenkarten, ja. Da sind dann zu wenig Punktekarten. Also wenn man die ersten zwei wegnimmt, ist man dann schon eher hinten, und dann kommen nur ein paar mit drei Punkten, und dann ist man auch schon wieder hinten. Und man deckt dann die Fähigkeit ab. Das fand ich aber dann wirklich cool. Dass man dann entscheiden muss, wann decke ich das ab, dann habe ich die Fähigkeit zwar nicht mehr, aber ich habe dafür Punkte. Das fand ich cool, das war das Einzige, was ich sage, das fand ich am wenigsten. Das war auch eines der wenigen Mechaniken, die mir halbwegs modern vorkamen, weil man heutzutage im Hobbyistenmarkt ist es durchaus üblich, dass man dem Spieler Entscheidungen gibt. Interessante Entscheidungen, wo er abwiegen muss. Okay, will ich die Fähigkeit oder will ich die Punkte? Das mag jetzt vielleicht so banal klingen, aber das sucht man in einem Spiel. Entscheidungen, da bekam man die, und da hat es auch gepasst, da kann ich nichts bemängeln. Außer eben, wie du selber sagst, in Wahrheit, so viele Punkte gibt es da nicht. Das heißt, wenn die ersten zwei machen, wozu dann noch abdecken, weil den einen Punkt, die zwei Punkte, who cares, who cares. Ja, und das who cares, ich meine, das klingt hart, aber das könnte auch der Untertitel zu dem Spiel sein. Ja, leider. Ich weiß nicht, ob das Spiel auch nur im Ansatz irgendwo einen Impact generieren wird können. Weil für ein Familienspiel ist es dann trotzdem zu wenig Kommerz, nicht poppig genug, nicht ansprechend für die breite Masse. Und für den Hobbyistenmarkt ist es eigentlich belanglos. Ja, leider. Schöne Cover-Inhalts. Und selbst wenn ich sage, okay, Maria, ich behalte mir das in die Sammlung auf, wenn ein Freund oder eine Freundin zu Besuch kommt, oder Familie zu Besuch kommt, die jetzt keine Brettspieler sind, aber ich will was mit denen spielen, habe ich 30 Spiele, die besser sind. Ja, Familienspieler, die wirklich catchen und wirklich besser sind. Zum Beispiel Carcassonne. Zum Beispiel, ja, genau. Ja, das würde ich dann mehr empfehlen, als das. Ich weiß es nicht, Leute. Es ist natürlich sehr negativ, das gebe ich zu, aber wir sind euch da draußen verpflichtet und es ist unsere Meinung. Unsere Meinung ist nicht allgemeingültig. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Dann schreibt es unter die Kommentare. Wo seht ihr die Stärken des Spiels? Vielleicht haben wir etwas übersehen. Vielleicht seht ihr das anders. In den Diskurs können wir gerne gehen. Konstruktive Kritik oder einfach eine eigene Meinung unten posten, damit man eine zweite, dritte, vierte Meinung hat, damit sich ein vielleicht noch unentschlossener, auch eure Meinung durchlesen kann und dann vielleicht einen anderen Standpunkt bekommt, einen anderen Blickwinkel. Das ist unsere Meinung und die ist leider Gottes so, dass zumindest sage ich das jetzt in meinem Namen, ich kann Fire and Stone leider Gottes nicht so wirklich empfehlen. Ja, ich leider auch nicht so ganz. Schade. Das wird bei mir leider ausziehen. Schade. Ja, lasst uns dann teilhaben, was ihr darüber denkt und wir verbleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Gatto.